Die Kraft von Wind, Wasser und Sonne zu nutzen, um damit die Energiewende voranzutreiben? Was einst Zukunftsmusik war, bildet heute die Grundlage für ein energieunabhängigeres Salzburg. Und was heute Zukunftsmusik ist, daran arbeiten wir bereits. Denn damit Salzburg nicht nur ein moderner, attraktiver Wirtschaftsstandort ist, sondern vor allem auch ein lebenswertes Zuhause, braucht es Investitionen in ein grünes Morgen. Werde jetzt auch du ein aktiver Teil der Energiewende.